Sie müsste sich öffnen lassen, was sie nicht tut. Warum nicht? Warum geht die Tür nicht auf? Hallo? Ähm... 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 Ich glaube, Sie sind richtig, aber ich meine... Es sind Dich, und ich will nicht die Möglichkeit, dass dies etwas anderes ist. Ich werde schnell, aber es ist einfach zu schrecklich. Okay, ich werde dir etwas Leihweh hier, weil ich möchte mit Michael, also... Ich glaube. Okay, gut, danke. Es ist... ... wie ein Schlecht oder so. Kannst du... ...fixen Sie das? Ich meine, es ist so verrückt, dass du das hörst, richtig? Es war wie ein Tick, die sie hatte. Ich weiß nicht, aber probiere es richtig spielen, wenn du kannst. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Es klingt, wie es sie ist. Wie eine Rekorde, oder es ist nur meine Mutter. Das ist sie, in der Stattik. Du kannst das hören, richtig? Ich weiß, dass du nicht wissen, wie sie so sah. Aber du kannst das hören, richtig? Jonas, ich glaube, wir sollten gehen. Wirklich. Warte, warte, warte. Ist es möglich? Du denkst du es möglich? Ich meine, wir haben, wir sprechen mit Ghosts die ganze Nacht. Du denkst du, wie es könnte sein, richtig? Es ist einfach... Mit allem, was passiert, sie könnte hierher kommen. Jonas, ich bin sorry, aber ich wirklich nicht, dass das sie ist. Wie wirklich, sie. Wie wissen Sie? Ich meine, du wissen das nicht für sicher. Ich sage nicht, ich weiß das für sicher. Aber das was wir heute gesehen haben... Das muss es sein, richtig? Gott, sie ist so nahe. Kannst du einfach versuchen, das Signal zu tun? Das Tape-Player-Signal ist nicht... Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber wenn du einfach... Jonas, ich weiß, das ist schwer zu verstehen. Aber wir sollten wirklich wirklich nutzen die Radio zu gehen. Und das ist es. Wir müssen gehen. 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 Der macht mich noch wahnsinnig. Ich kann... Ich kann das nicht wirklich ändern. Oder... Er will es nicht anders. Mom? Kannst du... Ja... Mir gefällt die Sache trotzdem nicht. Ich hätte von Anfang an sagen sollen, nein. Komm schon... Das war so klar. Es war so klar. Es war so klar. Scheiße. Scheiße. Hoppala. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Scheiße. Ich hätte von Anfang an nein sagen sollen. Ich... Jetzt... Verdammt. Dann wären wir jetzt zu zweit hier drin und nicht alleine. Und dann... Ich weiß nicht, die Wahrheit ist. Wir könnten uns nicht aufhören. Wir können uns nicht aufhören. Wir waren... Wir sind nicht aufhören. Dann bleib mal! Warum... Warum sind wir hier noch? Warum nicht weitergehen? Warum nicht weitergehen? Weil es ist schrecklich. Das ist ja. Haben wir nicht nachhergesehen? Und wir sind in nichts? Und wir sind mit dem? Und wir sind in es? Es ist schlimmer als als wir in Atom. Worse als... Wir sind... ...wir. ...die... ...die erste Mal. Ich kann es vorstellen. Okay, you think contemplating annihilation makes you special what you can imagine if a toddler's toy bag compared to facing real extension don't speak to us of imagination Whatever you think you can do you can't We won't go back So we Um Save the man, but not the dog. Stand das da beim ersten Mal auch oder war der Satz anders? Und ich verstehe ihn immer noch nicht, mehr davon abgesehen. Muss ich jetzt hier mit dem Radio wieder arbeiten? Okay, wir zerstören das hier gerade alles irgendwie ein bisschen. Scheiße Alter, ich glaube, ich weiß, was hier gerade passiert Ich glaube, wir sind gerade im großen Nichts gelandet Ich habe ein bisschen Angst Wir sind unter Wasser What the hell Ach ja Ich habe es geschützt, dass es nicht so einfach ist Ich habe zu Hause, dass du die Hunde verletzt hast Die Horsen haben bereits geblieben Woher bin ich? Home Du bist ja, in der Zeit Du bist ja, in der Zeit Ja, in der Zeit Gott, du bist so verletzt, du ist auch nicht so verletzt Ich bin ein, was ich. Ich bin ein, was du mit deinem Schmuck zu sparen. Das will deine Freunde von unseren Blumen, sicher. Aber wir werden dich hier mit uns verletzt. Du wirst mit uns wieder und wieder. Du wirst mich nur aufhören. Das ist nicht... Das ist nicht die einzige Art. Eine letzte Chance. Du wirst. Du wirst. Du kannst, du wirst. durch die Gäte, die du öppet hast. Und wir halten... ... die Frau... ... mit Ries... ... mit uns. ... mit uns. ... mit uns. Was? Nein, ich bin nicht... ... ich bin nicht einfach von Clarissa. Wer ist denn ich? Wer ist denn wir? Du denkst, wir wollen sie wegnehmen? Wie eine falsche Appliance? Wir wollen es nicht so enden. Wir können nicht. Wir können das... ...binden. Du hast vielleicht nur ein paar Momenten left. Wir fühlen wir, aber... ... du musst wissen, warum? ... dass alle uns vergessen, um uns zu vergessen. Alle uns einfach... ... in eine Backplosette von ihren Gedanken. Wait, ich habe eine Minute left, bis was? Bis wir sind... ... und wir sind... ... und deine Leute werden hier... ... und wir werden mit dem... ... mit dem... ... real... ... wieder. Es wird nicht so enden. Wir denken nicht... ... die Veränderung. Aber wir hoffen, dass die Reise war. ... die... ... die... ... depraved... ... Touristrack... ... sie gebaut auf unserer Carpasse... ... Sie sehen? ... die Gift Shop? ... Sie können ein bisschen... ... Submarine... ... Footrest... ... wenn du das Gefühl hast. Hey! Ich liebe diese Stadt mehr als jemanden. In der Sommer... ... es kräftig... ... und laut... ... und krass... ... und ja... ... und es kräftig... ... und das kräftig... ... Wir können Sie... ... Sie nicht mehr die Stadt mehr als jemanden. Enjoy the scenery. ... Gets old after a while, believe us! ... ... die Crewman... ... von der USS Cantaloa... ... named Francis? ... I'm... ... I'm going out on a limb here, man! ... I know... ... you're in there! ... I know you're a person! ... I know... ... you're all people! ... Come on, just... ... please help me! ... Help my friends! Stop this! ... ... ... Was our name ever... ... Francis? ... Francis? ... ... I... ... almost remember... ... 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 Es ist ... Es ist ... Mein Name ... Francis Salter ... Es ist schwer zu erinnern ... bestimmte Dinge ... Unsere Fasen waren lange, und unsere Nämme ... 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 Unsere Angst ... Es ist ... Stich ... Keeping it together ... That's ... Not all you have ... You know ... That's not all you have ... I come strong ... Keep your nature ... Maggie had ... Has ... Will have ... This friend ... You sort of remind us of her ... Strange girl ... Odd ... Take care ... Take care ... With the time you have left ... Child ... And take notice ... Of what you choose to ... Okay ... Okay ... Okay ... Ich spiele das jetzt als ... Jonas ... Jonas ... Where ... Where are you ... Okay ... This is ... This is gonna be fine ... Just ... Work through it ... Talk to me ... Talk to me ... Don't tell Michael ... What to do about Clarissa ... Okay ... But ... Michael's ... Dead ... How could I even ... Whoa ... Wait ... What ... What's happening ... Oh ... Okay ... Alex redet with ... Uns ... Don't let me do ... What you feel is best ... Ach du großer Gott ... Kann ich das jetzt noch mal ... Alles verändern ... Ach du großer Gott ... Well ... That ... Could have gone better ... Right ... Time loop ... Um ... Just ... Don't try and influence Michael ... He can live his own life ... What ... Does this ... What does this matter ... He's dead ... He's not ... He's not here ... I ... Ich hab keine Ahnung ... Ähm ... Das ist alles grad ... Sehr verwirrend ... Und ich hab wahrscheinlich ... Ziemlich viele Fehler gemacht Okay ... Entweder ist das jetzt ein Flashback ... Oder das ist die wirkliche Realität ... In der wir grade eigentlich sind ... Und wir hatten grade ... Einen ziemlich fiesen Traum ... Es würde mich zumindest nicht wundern, wenn das alles theoretisch nur ein Traum war. Oder eine Vision oder sonst irgendwas. Michael nehme ich an. I know, I haven't used this desk in like a year, but Dad has all his gear on the kitchen table, so I've been like struggling with this stupid speech, the graduation thing. I don't want it to be just the usual blah blah we've come so far type stuff. It should have like a point, right? It should bring you to your feet about something. Graduation speech, is that what we're talking about? Aw man, you haven't been listening at all. It's okay, this is really boring. I'm guessing Mom probably told you about my scholarship to State, right? I don't really know how I feel about it. I mean, I feel it's not like it's a bad thing. It's a good thing, obviously. Well, uh, what are you thinking? Engineering? Well, you said something about sports medicine one time. Yeah, I don't know about that anymore. It's just, you know, it seems like half the teachers are alumni and... Actually, I'm about to be really arrogant and presumptuous and say mean things for no real reason other than I think I know better, so forget it. I've bored you enough. I'm boring me right now. I'm listening. Come on. I'm not gonna judge. No, no, really. I'm talking out of my ass. It's fine. Listen, here's the... You can't tell Mom or Dad, but Clarissa and I aren't talking about just leaving. Getting an apartment somewhere and... and just doing our own thing, you know? Getting jobs and... What? Mike, you're kidding me, right? I mean, I know you said you were gonna commit or whatever, but isn't running off like you're in Badlands taking it a bit far? Oh, come on. It's not that crazy. She's been really pushing for it, wanting to look for places, and I'm into the idea. I really am. I just... I wouldn't feel right about it if I didn't have your, like, blessing first. So, can you just wave your hand over my head or something and say I'm alright to do this? I... God, it's hard for me to say since I love you, of course, but you should do it. Totally. Even if it explodes in a nuclear war-style breakup, you'll regret never trying. Thanks. That means a lot. Alex, just get good friends, okay? And when you're with those friends, just say yes to everything. And keep away from boys. When you talk to them, it feels like you're performing. But also, stay away from girls who look you in the eye for too long. And match every beer with the water. And take classes outside of school. Classes you don't need. Michael, what is... what's this for? What are you doing? This is just... this is a just-in-case package, okay? Just in case I'm not around. And I love you, and you're amazing, and that's it. So... I love you, too. But soon, I shall be so I cannot remember any but the things that never happened. Yeah, I... I don't know. Hey, she's waking up. Is she alright? Did we, um... when? Oh, yeah. Big time. Wire-to-wire finish. I think saying wire-to-wire is stretching it, you know, since... I don't know about sports. I don't know what I'm saying. Yeah, yeah, yeah. Okay. The important thing is, whatever you did in the cave, it worked. The tear, the hole, it's fixed. The ghosts are gone. We're going home. Or at least they've... They've stopped trying to eat our souls. Yeah, it's important to note that. That's... I'm... I'm glad. I'm sorry. I'm just... I was back. I fell back a few years during the whole thing, and... I just saw Michael again. That's all. So, I'm just a little rattled right now. You... saw Mike? What happened? What... what was it like? Well, wait... Yeah, okay, relax. Everybody, just let her get a minute here. I thought... I don't know. I just thought I could change things, maybe. I don't know. I don't know what I thought. Yeah, I don't think whatever we were doing really worked like that. I'm sorry, Alex. Yeah, it's... I'm sure it was rough. No, it was... it was good to see him. It was good. He looked good. He looked... himself. I had my older sister. It was a night where... I don't even remember why she was mad at me. Probably something I said to our mom. But I don't know why that who-cares night would visit. I wouldn't put much thought into it, Clarissa. Really. Yeah, it doesn't matter now. I... I don't think it's like a visit. Like it's making a... a conscious choice to come mess with you. You were just... exhaled somewhere. Time-wise. Yeah, I guess the universe doesn't choose to do anything. It just... does. I can't believe everything that happened. I just... I feel like we should tell everyone we know. Like, go on a freaking book tour. But... I think we'd sound nuts, honestly. I-I mean, it's not like... It's not like we have any proof any of this actually happened. Hey, is this your book? Oh, man. This is... We're gonna be the best couple ever. Uh, okay. Slow down. I lost it on the way. I thought for sure some commuter would have just tossed it overboard or... Hey, that reminds me. What were we... We were talking about something stupid right before Alex woke up. Prom? Ugh, prom. I am definitely skipping this one. I'm deferring the crown to that wheelchair girl. Are you going, Alex? Are we supposed to still spike the punch or just bring in flasks? I mean, do they even have punch? I guess? I mean, if I find a date, you know. I'm not gonna go stag. I have my dignity. Ben Owens will ask you. Or rather, he's going to ask you unless I physically prevent him. Eh, you can do better. Come on, come with me and Nona. We'll go dress shopping. It'll be fun. It'll be like a movie montage, except none of us are prostitutes and there's no rich guy. Uh, sounds great. Yeah, I mean, I guess I should spiffy up once in my life. All right, just don't say phrases like that while we're out and we'll be solid. All right. You know what? It's picture time. Oh, my God. Come on. Nona. Yeah, I guess we should. Tonight's been, um, noteworthy. Noteworthy? That is the way to say it. Yeah, I'd probably say it another way. Let's, um, let's actually move outside so we can get the light. Sure. Ich hab doch gesagt, dass Clarice dann noch am Leben ist. I don't know. I can hardly make heads or tails out of what the hell he's talking about half the time. Here's good for the, yeah, just here. Ich hab's gewusst, dass sie's überlebt. I'll just pick a random ass page. Like this, here. When I was younger, I could remember anything, whether it happened or not. But soon, I shall be so I cannot remember any but the things that never happened. Yeah, I, I don't know. Okay, everyone. Wait, didn't you? Cheese! Ich würde sagen, wir haben's geschafft, wa? Alter. Ja, nice. Before we'd left, I told my mom I was spending the night at a friend's house. And when I got back, I didn't see any reason to change that story. And you know what? I still don't. The island did one good thing, forcing Ren and Nona together. Which is nice, because they're still together, actually. Though, they go to different schools now. Trying out the long distance thing, I guess. You and 69% brought Ren and Nona together. Oh! Clarissa left to study English literature. She was thinking of dropping out, but is keeping at it for now. We talk sometimes. Rarely, but sometimes. I hear she's scared of the ocean now. And she got a dog, too. If you care. Oh. Play a made-up with Clarissa. Oh. Jonas was the first to introduce me as his sister. You know, without the step part in front of it. And it was weird at first, but it's the truth. He's my brother. He goes to school in town and we see each other a lot. He's bonded with a new step-runner. Oh! Es gibt also auch Leute, die sich nicht mit ihm angefreundet haben. What happened on the island used to pop into my head every single day. And then, every other day. And then a week went by and I realized, I hadn't thought about it at all. I guess that's... I don't know. It's good, I think. But anyways, I, um... Well... Oh, 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 oh. Was macht Alex? Sie sehen sich sehr oft. Ich glaube, sie bleibt. Also, in meinem Spiel bleibt sie. Was war das? Was war das? Ähm... Errungenschaft freigeschaltet. This house is clear. Wow! Okay, ähm... Wir haben es geschafft. Ach du Scheiße. Okay, ähm... Krasser Stuff. Ich blick immer noch nicht ganz durch. Muss ich ehrlich zugeben. Allerdings... Ähm... Ja, es gibt verschiedene Enden. Und ich glaube, wir haben... Ähm... Alter, ist das laut? Warte mal eben. So... Oder? Na, so. Entschuldigung. Ähm... Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ähm... Das Ding ist, ich spiele halt solche Spiele immer so... Dass ich ein gutes Ende daraus kriegen kann. Dass ich kein Arsch bin. Natürlich hätten wir hier auch ziemlicher Arsch sein können. Und sagen können, wir scheißen auf alle und auf alles. Aber ich bin so jemand, ähm... Ich habe diese Charaktere sehr lieb gewonnen. Gerade dieses Bild, was gerade hier erscheint. Alter. Ich weiß nicht, ähm... Sie sind mir alle durchs ganz Herz gewachsen. Und ich glaube nicht, dass ich sie... Ähm... Ja. Hier gelassen hätte. Für was auch immer. Ich blick in der Story noch nicht so ganz durch. Das muss ich schon zugeben. Aber es war ein echt schönes Adventure. Muss man schon sagen. Für ein Indie-Game... Es war richtig cool gemacht. Ähm... Es wurde viel geredet. Wirklich sehr viel. Und... Ich glaube, darauf lag auch so ein bisschen der Schwerpunkt von dem Ding. Hat man nicht oft in Spielen, dass so viel geredet wird. Aber hier hat es wirklich echt gut gepasst. Muss man, äh... Den Entwicklern schon lassen. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich hab jetzt auch nichts großartig dran auszusetzen. Muss ich ehrlich sagen. Also... Kann ich jetzt ehrlich... Nee, kann ich nicht sagen. Was mir eben auch sehr gut gefällt ist, ähm... Dass man so verschiedene Enden überhaupt hat. Dass man das komplette Spiel theoretisch am Ende nochmal komplett über den Haufen werfen kann. Indem man sich selbst, also mit seinem eigenen Steam-Account quasi, nochmal spielt. Und Alex sagt, ähm... Was sie tun soll. Ich weiß nicht, ob... Ich mit diesen drei Entscheidungen jetzt wirklich noch was verändert habe. Aber ich glaube, ich hab das mit Clarissa verkackt. Weil ich, äh... In dem Moment nicht wusste, warum steht er jetzt mit Stunard? Warum bin ich jetzt auf einmal in diesem Spiel? Und warum redet Alex jetzt mit uns? Das war ein bisschen weird. Ich glaube, ich hatte da... Äh... Das mit Clarissa ein bisschen... Ja, wie gesagt, verkackt. Aber gut, ähm... Ähm... Ich glaube, man könnte dieses Spiel auch noch dreimal spielen. Und es würde sich immer irgendwas ändern. Also jetzt persönlich werde ich es vermutlich nicht noch einmal spielen. Ähm... Einfach aus dem Grund, dass die Zeit fehlt. Aber... Ähm... Im Grunde... Ach, es ist nicht wie Life is Strange. Aber es ist wie Life is Strange. Wisst ihr das Dilemma? Äh... Was ich grad hab? Ähm... Es hat Züge von Life is Strange, was eben mit den Entscheidungen so zusammenhängt. Ähm... Aber es hat trotzdem noch eine eigene, ziemlich coole Story. Ich mag das Game. Ich mag es wirklich. Und ich bin irgendwie froh, dass ich es gefunden habe auf Steam. Ähm... Falls ihr es euch holen wollt. Es selber mal spielen wollt. Und ihr kriegt da bestimmt 100% was anderes raus als ich. Ich hatte Glück, dass es jetzt doch so geendet ist und nicht anders. Obwohl das andere Ende oder die anderen Enden, keine Ahnung, bestimmt auch interessant wären. Anstatt es mit dem Happy End zu probieren. Es gibt auch bestimmt ein ziemlich mieses Bad End. Ähm... Es war mir eine Ehre. Es war mir eine Freude. Äh... Ich hoffe, wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder. Das dann vermutlich, ähm... Das LPT mit Dani und Starbound sein wird. Das im Moment parallel läuft. Und ähm... Ja. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Eine gute Woche. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns dann bestimmt irgendwann einmal wieder. Ansonsten schreibt mir mal in die Comments, was ihr von dem Game haltet. Ähm... Oder auch sonst irgendwas. Ist mir egal. Ich lese alles. Von daher vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Bis dahin. Bye, bye.